Herzlich Willkommen zurück zu Mario Kart Arcade GP. Diesmal geht es weiter mit dem DK Cup bzw. Donkey Kong Cup in Special Ausgabe. Vielleicht schaffe ich ja diesmal alles beim ersten Versuch. Das wird sich noch zeigen. Aber wenn es regnet ist es schon halt ein bisschen schwieriger zu fahren. Wobei die anderen lassen wir noch ganz gut hinkriegen. Und nicht aus der Kurve kicken. Aber ich gebe mein Bestes. Es kommt besser wenn ich von oben irgendwie. Naja. Nice. Wenn ich ein bisschen länger den Driftknopf gedrückt hatte bremse ich hier auch ein bisschen ab. Das hilft auch ziemlich in den Kurven. Bisher läuft es ganz gut. Ich bin eigentlich konstant erster. Außer wenn die da kommt. Da habe ich ja schon was vorbereitet. Ah die Kurve war sehr schlecht. Und jetzt kommt schon wieder der erste an. Aber ich habe noch den Panzer extra. Okay jetzt ist die Frage ob sich das durch den Panzer entschieden hat. Dann wäre es nämlich echt gut. Jetzt geht es weiter mit meiner Lieblingsstrecke. Den Bananenruinen. Wie der Spiegel. Also nicht spiegelverkehrt sondern in die andere Richtung. Da ist sie ja noch ein bisschen. Besser. Ist aber auch nicht schwieriger besser zu sein als diese Strecke. Also vom Aussehen her ist sie zwar cool aber. Wenn ich bedenke was mir schon alles passiert ist. Wie viele Versuche ich manchmal gebraucht habe. Okay es ist nichts gegen den Bowser Cup. Aber trotzdem. Er hat ihn einfach direkt getroffen. Ja toll. Ich habe da dieses andere Teil berührt. Ich hoffe mal dass es was wird. Ah nein er hat doch dieses Item. Gut. Zum Glück habe ich nicht getroffen. Aber dafür treffe ich jetzt. Okay so gut habe ich die Kurve glaube ich noch nie genommen. Wow knapp. Das war jetzt sehr knapp. Naja. Jetzt geht es weiter mit der dritten Strecke. Diesmal wieder richtig rum. Und mit schönem Sonnenschein anstatt Regen. Ich meine das ist ja nicht. Ganz gute Voraussetzung um Erster zu werden. Die Frage ist. Inwieweit ich die Vorauss. Also die. Bedingungen werden erfülle. Bisher halte ich ganz gut mit. Nach der Kurve erst das Schild aktivieren. Sonst ist es ja Verschwendung. Okay jetzt verschwende ich es mal. Damit ich ein bestes Item bekomme. Hier habe ich schlecht zwei Leute erwischt. Das sieht ganz gut aus bis jetzt. Wobei es mich ein bisschen beunruhigt, dass der die ganze Zeit seine Wolke da in der Hand hat. Ich warte hier eigentlich mal wieder auf einen Panzer. Aber anscheinend bekomme ich den nicht mehr. Ja und der hat sie natürlich. Okay ich glaube die Bots. Funktionieren eher weniger. Zumindest was das angeht. Wenn man jemanden überholt und die dann ihr Item einsetzen. Das machen die ziemlich oft falsch. Ah bitte bitte bitte. Yes. Nice. Es kommt mir aber so vor als gäbe es den kleinen Driftboost. Was aber glaube ich nicht so ist. Wie man vielleicht bemerkt hat. Schneide ich ja jetzt die Wartezeit nochmal raus. Oder zumindest meistens. Wenn ich nichts dabei sage. Und zwar habe ich das am Anfang nicht gemacht. Weil es halt am Anfang war. Und man erst mal sehen sollte. Wie das Ganze da aussieht. Und wie die Strecken und so auch aussehen. Beziehungsweise wie das Menü und die einzelnen Strecken im Menü aussehen. Aber jetzt mittlerweile hat man es ja schon mehr als oft gesehen. Okay diese Dosen bitte. Ja danke. Jetzt hat man es ja mittlerweile mehr als oft gesehen. Und ich finde dann reicht es auch irgendwann. Es ist auch ein bisschen Zeitverschwendung. Wenn man es so oft sieht. Ich möchte die Einzelhändel des Videos nur aus diesen Pausen. Und das wäre sinnlos. Ich hoffe mal, dass ich hier noch Yoshi einhole. Ich meine, ich bekomme ja irgendwie keine richtigen Einsen. Ich bekomme... Ah, jetzt bekomme ich mal was. Aber das habe ich genauso schnell wieder verloren. Ach, das ist schon die letzte Runde. Das ist schon die letzte Runde. Ah. Ah, das wird nix. Ach Mist. Ach Mist. Ich habe gedacht... Ja, eine Runde. Mal ohne zweiten Versuch. Erst war gut. So, das war es schon wieder mit der zweiten Folge. Es geht ja jetzt ohne Challenge Game. Und 150er geht alles schneller. Nächstes Mal gibt es dann den Wario Cup. Und dann bis zum nächsten Mal. Tschüss.